Wie RTL Mitte Mai verkündete, übernimmt Schauspieler Hadi Krüger Junior eine Rolle in der Serie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Bereits vor einigen Wochen freute sich RTL mitteilen zu können, dass Schauspieler Hadi Krüger für die große Vorabendserie Gute Zeiten, Schlechte Zeiten vor der Kamera steht. Schauspieler Lars Pape, der mich Bode spielt, teilt jetzt ein Foto des neuen Kiez-Stars aus der Maske, siehe oben. GZSZ. Wen spielt Hadi Krüger? Wie bereits bekannt ist, übernimmt Krüger die Rolle des plastischen Chirurgen Lars Brunner, der nach einer langen Zeit in den USA zurück nach Deutschland kommt. Seit vier Jahren bin ich in Berlin zu Hause und war schon oft in Babelsberg, zum Beispiel wegen verschiedener Synchronarbeiten. Dort hat sich wohl herumgesprochen, dass Hadi wieder drehen will, erklärt Krüger im Interview mit RTL. Als der Sender sich bei ihm meldete, habe er nicht lange überleben müssen. GZSZ ist eine der Serien, die es gefühlt schon immer gab, und heute eine der wenigen Serien ist, die es noch gibt. Ich habe schon fast überall mitgespielt, nur noch nicht bei Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Das muss geändert werden, dachte ich mir. GZSZ. Hadi Krüger spielte Gieser Zachs Ehemann. Am GZSZ-Set traf Krüger gleich auf eine alte Bekannte. Er und Yvonne-Darstellerin Gieser Zach spielten im Forsthaus Falkenau, lange ein Ehepaar. Zach und Krüger hoffen nun, möglichst viel miteinander zu drehen. Könnte Lars Brunner eine Konkurrenz für Jo Gerner, Wolfgang Baru, werden? GZSZ. Yvonne und Gerner schlittern in die nächste Krise. Spätestens seit Yvonne herausfand, dass Julaura, Krisanti Kawasi, für tot erklären ließ, wird ihre Ehe immer wieder von Krisen überschattet. Nachdem eine Paartherapie nicht den gewünschten Erfolg brachte, war es zuletzt Lukas, Oliver Scherkus, der Gerner und Yvonne einander wieder näher brachte. Doch nachdem Lukas mit seiner Mutter Eva, Kati Tima, Berlin verließ, um im Schwarzwald ein neues Leben zu beginnen, brachen die alten Konflikte wieder auf. GZSZ. Gerner hat ein Geheimnis. Vielleicht muss ich hier einfach mal raus, ich brauche Abstand, knallte Gerner Yvonne an den Kopf, bevor er sich in die USA verabschiedete, und warf dabei eine Frage auf, und das heißt auch Abstand von mir? Grundsätzlich steht Yvonne einer räumlichen Trennung positiv gegenüber. Aber die Abreise nach Harvard kommt sehr überraschend, und Yvonne hat zunächst Sorge, dass Jo auch eine Auszeit von ihrer Beziehung braucht, so zach im März. Aktuell ist zwischen den beiden alles in Ordnung, allerdings weiß Yvonne nicht, dass ihr Mann die gemeinsame Weltreise absagte, um Rosa Lehmann, Joanna Schümer, ihr Imperium abzunehmen. Wie Katrin, Ulrike Frank, bereits vermutete, könnte das demnächst zur nächsten Ehekrise führen. GZSZ. Wolfgang Barrow ist zurück. Wolfgang Barrow, der sich Anfang des Jahres eine Auszeit nahm, ist seit ein paar Wochen wieder in der Serie zu sehen. Die Pause, die er mit einer Reise nach Asien verbannt, nutze der Gerner Darsteller unter anderem, um an einem Drehbuch für einen Jugendfilm zu arbeiten. Auszeit, die er mit einer Reise nach Asien verbannt, nutze der Gerner Darsteller unter underem, um an eine Reise nach Asien zu verbannt, um an einem Drehbuch für einen Ereignard, hinbe4ist. Er hat seinen Augen nach Asien verbannt, die er mit einer Reise nach Asien verbannt, wo er noch nicht in die瑞ben ist. Aber die Reise nach, die er mit einer Reise nach Asien verbannt, zu verbarsten. Ap问 Sie, die einen Auszeit nach Asien verbannt, den Sie in die Erachtenssteiger der Gerner Darsteller unter den Rückgang des Jahres, haben einen Drehbuch für einen Einfluggen.